Und dann kommen wir zum nächsten Top-Match, in Gruppe C, wo es ja um viel geht bei so vielen guten Mannschaften, da kommen wir zu Juventus gegen Manchester City. Beide gewannen ihr erstes Spiel. Juventus jetzt immer die letzte Mannschaft, die ohne Niederhage ist, aber wir haben schon gesehen, bei Southampton, wie schnell das gehen kann. Und hier will Manchester City ihren Erlauf fortsetzen, wie schon gegen Manchester United. Na gut, Top-Match in Gruppe C, um die Vorherrschaft einmal. Bei der Mannschaft könnte ein wichtiger Schritt für einen der beiden sein. Wie siehst du hier die Favoritenrolle? Ja, Juventus hat gezeigt, vor allem durch Ronaldo, wie sie spielen können. Aber, man hat gesehen, was Totti leisten kann, wie quirlig er ist. Ja, ich denke, dass sie das 14 Uhr gewonnen hat. Hauptbeteilig war ein Dybala an diesem Abend. Oh, der war schön. Oh, zwei raus. So, ich hatte es kurz schnell. Ich habe jetzt lange bei Manchester City. Mannschaften und Umfeld wurden immer noch angekommen, bei diesem Abend. Sie können sich die erste Viertelstunde mal festsetzen. Oh, shit. Danke, 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 danke. Oh, schau. Oh. Das wird wohl aber jetzt die andere Farbe zacken. Oh, oder? Boah, also gar keine Karte. Gut. Oh. Das mit Verziehen ist so scheiße. Ist der Bräuner, ah, der Manchester City mal gut hier im Spiel. Und hat einfach viel mehr Chancen und bessere Chancen. Und jetzt noch mal hin. Oh, nein. Oh. Oh. Oh, schön. Oh, Befreiungsschlager mal hier. Oh, den hab ich nicht sehen. Boah, was? Das gibt's ja nicht immer auf dem. Immer aufs Zürich, wirklich. Oh, Alter. Genau. Ja, 40 Minuten, wo Juventus das erste Spiel nicht bestimmen ist, wie das Spiel in welche Richtung es läuft. Ja. Das hat sich irgendwie abgezeichnet in diesem Verlauf. Könnte da was gewesen sein? Ja. Ist was, ja. Ja, auch einer meiner Lieblingsspiele eigentlich. Warum, weiß ich nicht. Ah. Nein! Nein! Oh. Das hätte ich vielleicht zu beschießen sollen. Oh. Nein! Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht immer. Nein! Alter, was für ein behindertes Glück muss man haben, dass er den Ball noch so mitnimmt, Alter. Uuuuh, wie der denn? Ja, wirklich. Ja, wirklich, Alter. Das wird der neue Showbizberger, Alter, wirklich. Puh, wie wichtig. Das ist ja scheiße, Alter. Das ist ja scheiße, Alter. So, keine Änderungen hier. Ja, ein Fehler von Manchester City wurde hart bestraft. Das ist natürlich bitter. Nein. Yes! Dotti! Manchester City, gell? Nicht Eisroman. Ah, bitte. Na gut. Fairplay. Ja, noch ist es nicht zu Ende. Schön gemacht hier. Ja, ja. Das war gut gemacht. Piontek, der erst in diesem Turnier richtig in Form kommt. Ja, trotzdem, Manchester City spielt hier jetzt schon ein besseres Turnier, gefühlsmäßig, als letztes Mal. Oh. 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 Nächste mal mache ich noch schärfer. Wummel ich noch ins Tor. Oh 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 schade aber es ist ein top spiel muss man sagen ja zu spät startet 20 minuten noch ok es gibt einen dreifach wechseln bei juventus ja vielleicht einer von die joker er hat gut gespielt sehr gut gespielt hat ein tor geschossen wird jetzt hier gehen mal ecco mir hier so schön alles frei gewesen costa lecky schön gesehen was war da los wahnsinn das tut mir jetzt wirklich leid für menschen aus der city sogar dass da so ein loch jetzt war da hat man das irgendwie verschlafen oder ich weiß nicht irgendwas hat da jetzt nicht gepasst am ende der sonst so gut eigentlich spielt am ende ist auf der anderen seite ach machst du spaß ok ich weiß nicht irgendwas hat da nicht gepasst auf jeden fall wogeist glaube ich auf der anderen seite das war noch die jungen verladiger schuld ich weiß es nicht auf jeden fall war dann riesen das war ich habe nicht glaubt dass du den also ich habe ich habe geglaubt du holst den noch raus nein habe ich auch gekauft wird wahrscheinlich das eignetag erzielt aber ja ganz klare silberto ja ganz klare silberto und tschüss was muss das aber machen ja muss ich gehen wir weg ja geht in ordnung so geht in ordnung ja erste halbzeit hat manchester city gehört die zweite halbzeit ja Juventus Turin wobei manchester city etwas glück gehabt hat dass sie hier nicht verloren haben naja glück nicht zu sehen dass ich sehe klar war der fehler auf der einen seite aber es ist eh wenn der dort nicht durchkommt oder ja steht auch viel da also von daher ja ja